recht herzlich willkommen zur 18 folge von stelares ja was haben wir denn hier erstmal negative bilanz okay das ist nicht gut und da inaktive gebäude ok da fehlen uns dann personen können wir alles wegklicken negative bilanz ist hier ist aber gerade 0 also ist minimal negativ da wollen wir jetzt noch nicht was machen was haben wir hier da haben wir letztes mal zuletzt aufgehört das forschungsschiff das ist auch noch unterwegs aber wir können mal laufen lassen und dann müssen wir die karte und gucken wo die konstruktionsschiffe sind das war jetzt hier eine eigene flotte die ist blau die konstruktionsschiffe sind glaube ich hier oben rumfliegen ja ich habe schon gehört macht das dann baut das ne und das andere ist hier oben ach so das sind zwei schiffe man kann aber jetzt nur hier darüber auswählen und ja komm zack nee das ist quack jetzt ist doch da passend so wer ist das das travelership haben wir das da hingeschickt weil der andere dann noch am forschen ist und wir dann das da mit der forschung machen ja da ist schon was passiert in der kümmern können wir da aufnehmen und was ist das sabanen welt hallo ach der ist da ne der ja keine ahnung aber hier schicken wir dann mal gerade wo ist das das soll mal da eine bergbaustation bauen dann ist das beschäftigt oh physik forschung dann würde ich sagen machen erst dass das erscheint mehr wichtiger gut läuft unser forschungsschiff ist noch am forschen wie man sieht hier sehr schön zu sehen passt ja nach der ding jetzt ist noch an der roboter ne ok dann lassen dann so forschungsschiff ist zugange was kann man da noch machen da war ein kampf oder sowas hier was ist das immer potenziell wohnbar ach haben wir jetzt das gesteigert eine anomalie ist gefunden worden ok das ist die wahrscheinlich fehlschlag vom zack erforschen und das ist jetzt hier die welt sammlungspunkt ne gehe zu alpine welt das muss doch durch unsere forschung dann hier besser geworden sein weil ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen dass ich das übersehen habe so das ist diese welt ja und die können wir dann bevölkern bevölkern ja bevölkern dann fehlt uns hier aber was was ist es ok dann gehen wir noch mal raus und hier ist auch eine welt die bewohnbar ist aber die sieht ja ganz schlicht aus ne polonieschiff tief im kern ist als ritter sporen von extrem wertvollen mineralien ja das waren bestimmt so die menschen so ne die haben sich das selber kaputt gemacht forschung konstruktion konstruktion kolonieschiff das wollte ich eigentlich das geht auch nicht nach 40 prozent brauchen wir ok dann wäre das wahrscheinlich doch richtig gut das macht was und die dieses konstruktion schiff ist irgendwo am pennen und zwar da hat den job erledigt und das ist ja die station das brauchen wir also nicht machen das ist auch eine station das ist auch eine station ich glaube ich hier geht noch was ne gut dann bauen wir die da alles klar konstruktion schiff hat auch zu tun so die anderen haben ja nichts mehr zu tun das ist erforscht der sektor dann gehen wir da mal raus da war schon system erkunden sollen sie das machen gut das konstruktion schiff ist nichts zu tun das ist da gehen wir mal in das system aber da gibt es noch zu tun dann bauen wir da auch weiter kolonieschiff ist irgendwo am nichts tun ne ok ok die müssen wir erforschen in dem sinne jetzt habe ich das weggeklickt super ne na egal system erkundet auch erkundet das war jetzt hier wahrscheinlich ausweichende flotte das war das forschungsschiff ne genau die fliegen weg und das war da dann kann das forschungsschiff da erkunden denke ich mal genau probiert das mal da aus da war die anomalie oder organische überreste erforschen hat ein forschungsschiff im ohrbett ok das würde bedeuten wir müssen mit dem forschungsschiff da eigentlich hin auf karte verfolgen verfolgen er macht das mal an die wiper die fliegt dann da mal hin kann die das auch erforschen hier hin bewegen sticht mal da erst hin das andere ist erstmal nebensächlich wir wollen da gucken dass wir da weiterkommen hier haben wir auch wohl feind berührung gehabt ja und wen haben wir hier das ist das kolonieschiff und hier sind die kampfflotten kommen wir so vor als ob wir vielleicht besser mal hier runter fliegen würden gut das spiel ist angehalten können wir weiter fliegen lassen ok wir müssen da weg wissen wir schon haben die denn jetzt kein ziel oder was doch die haben ein ziel die sollen ja dahin fliegen ne hier hin bewegen so ok da hatten wir das auch die kommen runter aber wohnbare welten sind da aber zu wenig für uns so jetzt fliegt das rüber gehen wir doch mal in das ziel na so da ist es angekommen und soll dann hier hier hin bewegen hier hin bewegen 5 oder höher genau bedeutet das jetzt hier dass der kein passender wissenschaftler ist ne stimmt das ist nur 4 ja das ist schlecht ok dann können wir dahin fliegen nein da waren feindschiffe dann gucken wir doch jetzt dahin system da erkunden und wir müssten mal gucken dass die viper ist das mit 4 sternen müsste ja das zweite forschungsschiff shelter heißt sie ne genau das ist die shelter abbrechen jetzt konstruktionsschiff quatsch so die sind da konstruktionsschiff ab ins system und bauen machen wir das so und das traveler war das forschungsschiff die hat den 5 sterne drauf so und die fliegen jetzt hier wo ist das da unten hin zum forschungsprojekt im system die forschen da passt alles die haben beiden weg ne das ist ein auspust so wir müssten eigentlich unsere werft mal anschmeißen wieder glaubt die war hier ne auf was ist da wer ist denn jetzt hier in der entwicklung keiner mehr sieht wohl so aus überbevölkert oder haben nicht genug nahrung das sind mehr bevölkerung machen ne doch dahin nein das war falsch ich wollte daneben hin kolonieschiff nicht sondern das hier kolonieschiff nicht sondern das hier konstruktionsschiff ja danke ok details das kolonieschiff ist da vorhanden ok was sollten wir noch machen ja wir bauen noch eine corvette super ja ist nicht schlecht vielleicht ein bisschen stärker zu werden aber da müssten wir mal gucken dass wir das irgendwie anders managen auch noch ne wir müssen mal gucken hier ist alles noch am laufen ne er forscht das er forscht das er forscht das das ist natürlich nicht die die erforscht ja inaktive gebäude weiß ich wohl aber das liegt daran dass hier andere was geht da angrenzungseffekt ok ja da kann man nichts weitermachen oh hier können wir noch weitermachen ähm verbessern wunderbar was ist da ein baum gut das weg da ist die aschschelter und die können hier oben noch weitermachen ok und system vor abgeschlossen ok das war die corvette vollständig erkunden passt das wissen wir ja das ist glaube ich da und das ist da ne das ist gebaut und ja das ist unsere heimatwelt alles klar passt ja dann müssen wir weiter gucken so feind kontakte haben wir schon reichlich gehabt was macht er denn hier wäre schön wenn wir das system erforschen machen die das auch eine anomalie ok ja was kann man dann hier erkunden dann tja hat es das schon erkunden und hier ist nichts drinnen los oder wie sehe ich das das sieht ganz danach aus ne ja genau so ist es was haben wir denn hier ingenieurforschung ist erledigt oh gleich zwei wir sind jetzt glaube ich hier unten unterwegs oder sieht so aus ne ja massebeschleuniger plastik stahlmaterialien und plasma triebwerke gut was gibt es da neue triebwerke 40 hoch kampfgeschwindigkeit aus ausweichen plus 6 hört sich cool an ne ich glaube wir machen mal eine pause neue komponenten kleine plastik stahlpanzerung ok mittlere und große aber wir machen erst das oberste ne massebeschleuniger oder ok zack bitte das erforschen dann gehen wir hier rein und hier haben wir monatliche einfluss plus eins bei planetare vereinigung propaganda übertragen ok ich glaube wir nehmen das ja zack dann sind die beschäftigt bauvorhaben abgeschlossen die miss prime was war denn da das bauvorhaben hm hm das können wir mal auf entfernen gehen hier geht das geht nicht das 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 geht entfernen macht erlaub ne wird erledigt gut aber ich würde sagen für die folge soll es auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss tschüss Vielen Dank.